Ich schiebe an die Sendung auf die Sendung und war wirklich extrem nervös. Und ich hatte ein riesiges Glück, wo ich euch sagen konnte, in diesem Februar, tschüss miteinander, im Februar. Ich habe also tatsächlich den Jast-Pokal gewonnen, der steht jetzt bei mir daheim. Und dort in dieser Samstag-Jast-Sendung durfte ich an den Titel singen. Jetzt weiss ich, es ist halt immer noch früher abgenommen da. Aber ich kann ja nicht nur ruhige Lübe singen, sondern es muss ab und zu Rassungen dazwischen sein. Und dann fühlt euch einfach frei. Ich laden euch herzlich dazu ein. Vielleicht bevor ich öfter ein bisschen mit singen. Das muss nicht schön sein. Es muss nur gut sein. Gell, ein Kreuzlinge. Und vielleicht sogar ein bisschen mit klatschen.